Wir schauen nach vorne und sehen dann im Chorraum diese, wie ich meine, sehr schönen Fenster, Christus in der Mitte und die Heiligen. Die gucken schon seit 1891 auf die Gläubigen herunter. Als man so in den 60er Jahren modern sein wollte, hat man überlegt, die Heiligen als altmodisch rauszuschmeißen und neue Fenster reinzutun. Gott sei Dank ist das den Altvorderen nicht geglückt. Ich finde, von den Heiligen geht eine große Kraft aus. Morgens um 9 Uhr, in guten Sommerzeiten, dann scheint die Sonne durch die Heiligen hindurch. Die leuchten richtig. Der heilige Franziskus oder der heilige Medados, Patron dieser Kirche Bonifatius und wie sie alle heißen mögen. Die Heiligen zeigen uns, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen des Glaubens. Sie haben es vorgelebt. Sie zeigen, dass es geht, dass Glaube überzeugend geht. Und sie zeigen auch, wie man es machen kann. Und vielleicht finden wir dann auch unseren Weg. Und hier haben wir jetzt. Vielen Dank.